Andi und Stefan, werdet ihr bei Wer wird Millionär eine Antwort? Dann hätte ich aber noch ganz viele Fragen. Unsere Jungs der Nationalmannschaft bei Günther Jau. Boah, was für Fragen. Hat nur noch gefehlt, warum heißt das kurzer Pfosten, obwohl doch alle gleich lang sind? Ja, weil mein Torwart nur 1,56 ist. Ermann, wenn du gleich aus dem Tor in den Sturm gehst, dann haben wir jedenfalls eine dicke Chance. Dem Nations League ist zu Ende. Schade. Die Nations League ist wie der Junge früher auf dem Schulhof, der so ein Auge abgeklebt hat und am Ende alle nur geil fanden, weil er für alle Süßigkeiten gekauft hat. Wir haben bis jetzt schon die Spitzenspiele. Lichtenstein, San Marino, Farbe, Inseln gegen Andorra. Für Sportwetten.de super. Spiel ist scheißegal. Hauptsache geile Quote. Stefan! Mann ey, den Gegenspieler behandeln wie eine Wurst auf dem Grill. Erst in der Zache nehmen und dann umdrehen. Und dem Nations League ist für uns Trainer auch wie so eine Blutgrätsche. Da stellst du Spiele ab. Ich weiß gar nicht, wo die... Lecker, 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 lecker. Kalli, Glück auf. Was geht mit? Uwe, wer dreht wieder über die Bundesliga? Die Nations League interessiert mich nicht. Das ist eine scheiß Dreckwitzveranstaltung. Als Trainer denkst du doch, du wirst bescheuert, wenn du da deine Spiele für sowas anstellen musst. Kalli, warte mal kurz, warte mal. Ferdinand! Nur weil ich telefoniere, heißt das doch lange nicht, dass du jetzt eine lange Leitung hast. So. Wann schreist du denn so? Aber ich war zum Spiel gegen die Schweiz im Stadion. Dein Kettering war fantastisch. Schnitzelchen, Brokkuri, Hackmädchen, Rostbeef, Kaiserschmarrn, Kremp, Marmelinchen. Ja, danke Kalli, jetzt hab ich Hunger. Kevin! Kennst du den Rennschwein Rudi Rüssel? Ja? Kennst du? Dann pack dein Ding ein, komm von der Eckfahne weg und renn mal wie eine Sau! Andi! Wenn du so weiterspielst, dann pflück ich deine Ohlen gleich in die Strauß Diesteln und sag, das ist dem Heiratsantrag vom Andi. Der traut sich nämlich nicht. Boah, für die ist echt, für dem ist echt jede Rose zu schade. Apropos Rose, den Gladbach, der ist ruhig geworden. Ne? Dem Rose. Ruhig, ey. Letzte Saison 3 Verwarnung, fast gesperrt worden, ne? Aus dem Vulkan ist ein Maulwurfshügel geworden. Und warum? Keine Zuschauer im Stadion, ne? Jetzt wisst du auch, warum ich so ruhig bin. Stefan! Als Kind, wie oft hast du denn da die Schaufel auf den Kopf bekommen? Im Sandkasten! Mann, ey! Dem Spielplan vom FC Bayern sieht in dieser Woche aus wie eine Reise durch den Amateurfußball. Von Düren direkt nach Bielefeld. Kleines FC Bayern-Quiz. Was kriegst du, wenn ein Parfümladen mit dem Kreuzfahrtschiff pimpert? Douglas Costa. Da ist er wieder. Dem Costa. Reifer ist er geworden, hat er gesagt. Immerhin, Uli Hoeneß lädt ihn jetzt im Winter nach Tirol zum Skifahren ein. Dann ist er ein richtiger Söldner. Ey! Schiri! Sind wir hier beim Herbstspaziergang? Oder warum pfeifst du einen Tritt in der Eichel nicht? Aber immerhin gibt es auch gute Nachrichten vom FC Bayern. Nach Knieverletzungen kann dem Sané wieder voll sprinten. Kann mein Andi auch. Nach zwei Kisten Pilz kennen. Andi! Heute bist du wieder klasse! Schön und schnell. Schön blöd und schnell müde. Erste Wahl. Wie dem Haarland beim BVB. Für Real Madrid ist dem Haarland nur Plan B. Plan A ist Mampé. Tufte, tufte, tufte. Oh, schön rüber. Komm. Unlang. Jetzt sind wir die Außen. Rein. Aki! Oh! Mann ey! Den musst du doch machen! Ich kauf dir zu Halloween und Karneval ne Kutte und ne Sense. Dann gehst du halt chancentot. Ich hab noch gar nichts zur Baumschule auf Schalke gesagt. Kleiner Tipp von mir. Dem Holen gegen Union. Den ersten Dreier der Saison. So Männer, komm schön mit Eier. Die hauen mal schön in die Pfanne, Mann. Lecker, 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 lecker. Lecker, lecker, lecker. Wir sind wieder. Kali. Glück auf. Wat gibbet? Schweinelinchen, Rostbeef, Rumssteak, Wehderwürstchen, Nürnbergerwürstchen, Rindswürstchen, Hähnchen, Hähnchenschnetzel, Soße, weiße Soße, Pommes, Reis, Kartoffeln, Brokkurri, Kaiserschmarrn, Pudding, Kirsch. Oh ey, die ganze Zwiebel in meinem Torwart. Hermann. Komm mal her. Ist für dich. Du bist. Du bist. Du bist.